Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse Sie ganz herzlich zum Polit-Talk auf HoCH 2 TV. Sie wissen es, Sie kennen es, diese Sendung ist immer direkt, immer ehrlich, immer der Wahrheit verpflichtet und immer mit spannenden Gästen, die etwas zu sagen haben, die etwas erlebt haben. Ich begrüsse heute bei uns im Studio ganz herzlich Katharina König. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, sehr gerne. Aus Deutschland. Sie waren Kraftfahrzeugmechanikerin, spezialisiert auf Sportwagen. Sie sind auch selber Rennen gefahren, aber momentan können Sie in Ihrem Job, in Ihrem Beruf eigentlich nichts mehr machen. Sie sind, wenn man das ja, kann man glaube ich ruhig so feststellen, Deutschlands bekanntes. Sie sind, wenn man das ja, kann man das ja, kann man das ja, kann man das ja. Sie sind, wenn man das ja, kann man das ja, kann man das ja, kann man das ja, kann man das ja.